Windeln sind teuer und sie werden immer teurer. Zuletzt hat beispielsweise Reas die Preise für 12 verschiedene Windeln um 2 bis 10 Prozent erhöht. Kein Einzelfall, auch für Kiddo und andere Marken müsst ihr mehr bezahlen. Es ist nicht transparent nachvollziehbar, wie die Preise zusammengesetzt sind. Werden wirklich erhöhte Kosten, zum Beispiel durch Rohstoffe, nur weitergegeben? Oder nutzt man die Gelegenheit, um die eigenen Profite zu erhöhen? Von anderen Produkten wissen wir bereits seit längerem, viele Unternehmen nutzen die Inflation aus, um dabei ihre Gewinne zu steigern. Die Verbraucherzentrale nennt diese Bereicherung auf unsere Kosten Gierflation. Es sind aber nicht nur die Hersteller, die Preise erhöhen. Auch der Handel kann und tut das. Doch es gibt noch eine dritte Spezies, vor der ich euch in diesem Video warnen möchte. Manche verkaufen Windeln zu völligen Mondpreisen. Es geht hierbei nicht darum, dass eine Packung in Shop A ein paar Euro teurer ist, als in einem anderen, solche kleineren Unterschiede sind normal. Sondern um extreme Preise, die den Wert deutlich übersteigen. Dieser Shop verlangt für eine 10er Packung Tückables Wadlers satte 54,44 Euro, zu denen noch Versandkosten hinzukommen. Der Link auf Versand ist selbst ohne Werbeblocker kaputt und zeigt nur eine leere Seite. Wie viel erfährt man nur über einen Link am Ende der Seite, satte 7,10 Euro muss man für 2-5 Kilogramm Artikelgewicht obendrauf bezahlen, da die Tückables Packung laut Beschreibung 2,38 Kilogramm wiegt. Das ist der heftigste Preis, den ich seit langem gesehen habe. Und ich habe gerade auf Amazon und Ebay schon einige Dreiste gesehen, die offensichtlich versuchen, ahnungslose Neulinge mit extremen Mondpreisen ihr Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Tückables Wadlers kostet im günstigsten Shop, den ich finden konnte und der nach Deutschland liefert, 28,90 Euro pro Zehnerpackung. AB-Versand ist also fast doppelt so teuer. Selbst wenn man die Versandkosten mit einrechnet, kostet der Versand aus Frankreich mit 10,68 Euro natürlich mehr, als der aus Deutschland. Aber durch den hohen Preisunterschied wäre das immer noch um Welten günstiger, als eben in solchen überteuerten zu bestellen. Offensichtlich ist es auch kein einmaliger, versehentlicher Zahlendreher oder ähnliches. Man braucht nur mal bei anderen Windeln zu schauen, dort ist der Preisaufschlag teilweise noch krasser. Oben rechts seht ihr Diaper-Minister. Selbst Jobs wie Save Express, hier links oben, die gerne mal ein paar Euro teurer sind, bieten einen weitaus besseren Preis an. Und das ist erst die Spitze vom Eisberg. Die Alpaka kann man beispielsweise für läppische 11 Euro und 31 Cent als einzelne Windel bekommen. Was ich noch dreister finde, als angebliche Top-Angebote werden sehr kleine Packungsgrößen beworben, die es offiziell gar nicht gibt. Beispielsweise eine Packung mit vier Stück Rehats-Alpaka, die für vermeintlich günstige 37,93 Euro zu haben sein soll. Auf der offiziellen Homepage von Hersteller der Windel bekommt man die Alpaka nur als Probepaket im Doppelpack, also zwei einzelne, komplette Packung mit zwölf Stück oder als Karton mit 36 Windeln. Da es diese Größen nicht offiziell gibt, hat sich der Shop wohl kurzerhand eigene gemacht und öffnet die Packungen, um sie in Einheiten mit vier Windeln anbieten zu können. Die originale Packung mit zwölf Stück, wie sie der Hersteller vorsieht, kann man auf der Produktseite erst auswählen. Dort zahlt man sage und schreibe 70 Euro und 41 Cent für eine einzige Packung Windeln. Das dürfte ein neuer Rekord sein. Sowohl vom Preis, als auch im extremen Aufschlag im Vergleich zum günstigsten Shop. Dort kostet eine Packung selbst in der XL-Größe gerade einmal 27,40 Euro. Das ist ein Aufschlag von mehr als Faktor 2,5. Die gleiche Masche gibt es auch mit anderen Windeln, beispielsweise der Megamax oder Mermaid Tails. Immer wird die offizielle Packung deutlich verkleinert. Aus meiner Sicht gibt es dafür nur einen Grund, man möchte mit Preisen locken, die günstig bis noch akzeptabel aussehen. Um die im Vergleich extrem hohen Preise zu verstecken, die beim Vergleich vom Stückpreis oder ganzer Packungen sofort deutlich werden. Der Shop gibt sich als Teil der ABDL-Szene. Doch offensichtlich geht es bloß um Commerz, mit unerfahrenen ABDL so viel Geld wie möglich verdienen. Das ist nicht verboten, wir leben ja in einer freien Marktwirtschaft. Man kann auch 500 Euro oder noch mehr für eine Packung Windeln verlangen, solange keine Notlage ausgenutzt wird, wodurch es Unterbucher fallen könnte. Nur weil es legal ist, wird es aber nicht auch moralisch akzeptabel. Ähnliche schmutzige Tricks versuchen andere Unternehmen beispielsweise bei Lebensmitteln, die Packung wird verkleinert, teils erheblich, der Preis bleibt gleich. Ich finde derartige Versuche die ABDL-Community über den Tisch ziehen zu wollen verwerflich und rate euch, kauft nicht blind beim erstbesten Shop ein. Sucht im Internet nach anderen, vergleicht die Preise. Achtet immer auf die Anzahl der Windeln und vergleicht am besten den Stück Preis. Bedenkt, dass ABDL-Shops an keine Moral gebunden sind, sondern bloß Unternehmen sind, die maximal Geld aus euch herausholen wollen. Eine gesunde Portion Vorsicht und Misstrauen ist auch hier wichtig. Das hatte ich ja auch schon im Video zur dunklen Seite der ABDL-Szene gesagt, nur weil alle Windeln tragen, sind nicht alle beste Freunde. Falls ihr Fragen habt oder euch mit anderen ABDL austauschen möchtet, ob über Windelpreise oder anderes, kommt gerne in meine offiziellen Chatgruppen. Die Links sind in der Beschreibung. Oder schreibt eure Erfahrungen mit überteuerten Preisen in Windelshops in die Kommentare. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.